Das übersehen alle. Die Wahrheit über den Anschlag. Es hat nicht mal 48 Sekunden gedauert, bis diese Leute aufgestanden sind und Trump wieder aufgerichtet haben. Zu diesem Zeitpunkt war überhaupt nicht klar, ob es sich um einen Einzeltäter handelt oder um mehrere Täter. Wo eine Frau angeblich den Attentäter da gefilmt hat, als er auf dem Dach herumkrabbelt. Und die Tatsache, dass der in einem Video von BlackRock aufgetaucht ist, das kam ja äußerst suspekt vor. Dann frage ich mich natürlich bei dem, was danach passiert ist, wem nützt das alles? Das Ganze nützt auf jeden Fall. Oh shit. Ich lieb euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Triss mich, gehst du außer den Mann, Alter. Und los. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein neues Video rein. Und Kettner, Edelmetalle. Das übersehen alle. Die Wahrheit über den Anschlag. Und zwar wird in diesem Video der jutz der Ernst Wolf seine Sicht zur Trump-Thematik, zum Anschlag, zum Attentat schildern. Und ich schätze den Mann sehr. Und wenn Dinge passieren auf der Welt, dann interessiert mich seine Meinung dazu auf jeden Fall auch immer extrem. Und deswegen ziehen wir uns das jetzt rein. Ich liebe euch. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentarchen. Abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, ihr wisst, wie der Hase läuft. Der Peter geht los, Digi. Und los. Es ist Entschlüssel gefallen. Es ist ein Mensch getötet worden. Es sind andere Menschen verletzt worden. Also das ist schon ein sehr ernsthafter Vorfall gewesen. Es hat nicht mal 48 Sekunden gedauert, bis diese Leute aufgestanden sind und Trump wieder aufgerichtet haben. Zu diesem Zeitpunkt war überhaupt nicht klar, ob es sich um einen Einzeltäter handelt oder um mehrere Täter. Wo eine Frau angeblich den Attentäter da gefilmt hat, als er auf dem Dach herumkrabbelt. Und die Tatsache, dass der in einem Video von BlackRock aufgetaucht ist, das kam mir äußerst suspekt vor. Dann frage ich mich natürlich bei dem, was danach passiert ist, wem nützt das alles? Das Ganze nützt auf jeden Fall. Oh shit. Stabiles Intro auf jeden Fall. Ich küsse ein Herz, Digga. Ernst, die Vibes. Die Welt dreht sich immer schneller und sie wird immer verrückter. Man möchte den ehemaligen Präsidenten und wahrscheinlich auch künftigen Präsidenten Donald Trump erschießen. Und es passieren sehr viele Dinge hinter den Kulissen, die die wenigsten Menschen im Auge haben. Wer sollte besser geeignet sein, das zu analysieren als Ernst Wolf? Mit ihm habe ich deswegen darüber gesprochen, was er von dem Attentat hält. Wer diejenigen sind, die davon profitieren können. Und was sich derzeit hinter diesem Attentat auftut und was wir unbedingt im Auge behalten sollen. Wir haben auch darüber gesprochen, warum das Kompaktmagazin verboten wurde, was Ernst Wolf davon hält. Und welche Gefahren uns allen damit drohen. Viel Spaß im heutigen Video. Ernst Wolf und ich, jetzt geht's los. Aus aktuellem Anlass sehen wir dieses Video als sehr notwendig und relevant an. Ihr habt es mitbekommen, das Attentat auf Donald Trump und sehr viele Fragen unserer Zuschauer, wie das Ganze wohl Ernst Wolf sieht. Ich habe ja in der Nacht um zwei Uhr morgens ein Video gedreht und versucht, die einzelnen Puzzlestücke für euch zusammenzulegen. Und das Video ging zu dem Zeitpunkt viral, weil unsere westlichen Medien von einem Vorfall sprechen und weniger von einem Attentat. Es gibt jetzt viele Fragen, ob das Ganze konstruiert ist, ob es ein Inside-Job war, wie die Zusammenhänge sind und was deiner Meinung nach Ernst vor allem die Absicht hinter diesem Attentat war. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich mit dir über dieses Thema reden darf. Danke für die Einladung. Was siehst du, was sind deine aktuellen Einschätzungen zum Attentat auf Donald Trump? Ich meine, die Welt steht Kopf, es wird immer wilder und jetzt möchte man einen Präsidentschaftskandidaten mit einem Kopfschuss beseitigen, kurz bevor er zum offiziellen Kandidaten benannt wird. Ja, interessant sind natürlich die Vorgänge um dieses Attentat. Also ich habe ja früher mal als Drehbuchautor gearbeitet und ich habe mir so überlegt, wenn ich irgendeine amerikanische Firmengesellschaft geschrieben hätte, pass mal auf, ich habe eine Idee, ein 20-Jähriger klaut seinem Vater das Gewehr, nimmt sich eine große Leiter, geht an dem Secret Service vorbei, geht an den Polizisten vorbei zu einer Veranstaltung, wo ein ehemaliger Präsident auftritt, klettert dort aufs Dach, macht es sich dort bequem und schießt dann mehrmals auf den Präsidenten. Ich glaube, kein Produzent hätte das irgendwie ernst genommen. Die hätten mir alle gesagt, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber genau das ist tatsächlich jetzt passiert. Also es ist einfach absolut ungewöhnlich. Und was ich dann auch noch unglaublich ungewöhnlich finde, ist das, was da auf der Bühne passiert ist. Also ich habe mir diese zweieinhalb Minuten nach dem Schüssen da mal genauer angesehen. Also die Secret Service Leute sind natürlich gleich auf Trump draufgesprungen, weil die haben einen Vertrag. Außer die Frau. Da war eine Frau mit dabei. Ich habe auch noch ein Video von so einem amerikanischen Navy, Navy, Ex-Navy Officer, glaube ich, oder so. Der hat das auch richtig krass gebreakdowned. So, das könnten wir uns eigentlich auch nochmal reinziehen. Der hat da wirklich auch Maps eingeblendet und welche Scharfschützen eigentlich was hätten sehen müssen, etc. Und dann hat er auch Bilder eingeblendet. Also alle Secret Service Mitarbeiter sind auf den Bruder draufgesprungen. Außer die eine Dame. Warte mal. Eigentlich kann ich das hier kurz. Secret Service agents in the suits and sunglasses that are right next to the president that everyone's familiar with. The ones that jumped on the president afterwards, excluding the females who ducked for cover. Wie der das auch sagt. Excluding the females, they ducked for cover. Sagt dazu nichts, der Gell. Aber ja, die Jungs sind alle draufgejumpt und die Mädels haben sich immer ein bisschen versteckt sowieso. Den Präsidenten oder den ehemaligen Präsidenten auch notfalls mit ihrem eigenen Körper schützen. Allerdings, das hat nicht mal 48 Sekunden gedauert, bis diese Leute aufgestanden sind und Trump wieder aufgerichtet haben. Zu diesem Zeitpunkt war überhaupt nicht klar. Das hat mich aber auch verwundert, sage ich dir ehrlich, wie schnell die wieder aufgestanden sind. Und wie Trump dann trotzdem da rumgeschrien hat und so, obwohl keiner wusste, wie viele Schützen sind da eventuell noch. Wird da noch mehr passieren? Also angeblich wusste es keiner. Ob es sich um einen Einzeltäter handelt oder um mehrere Täter. Also entweder diese Leute sind völlig ahnungslos, haben von ihrem Job überhaupt keine Ahnung oder die waren ganz genau darüber informiert, dass es tatsächlich nur einen Einzeltäter gibt. Und dass Trump dann so aufgestanden ist und dann gleich also die Faust in die Höhe gestreckt hat und dann da die Bilder entstanden sind mit der amerikanischen Flagge im Hintergrund. Also das muss ich sagen, hätte kein Regisseur besser inszenieren können. Ja. Ob es inszeniert wurde, weiß man nicht. Aber es ist auf jeden Fall, es war wie, es war wie, wie, wie ein Film. So, es war wie, es ist, es war, es war, es war wie ein Film, Bro. Also ich habe da meine Zweifel an sämtlichen Versionen, die da kursieren. Also das Einzige, was ich weiß, dass das Ganze irgendwie auf jeden Fall nach, nach einem Staged Incident, also einer, einer Inszenierung riecht. Von wem aus auf, kann ich eben genau nicht sagen. Aber interessant. Das sind halt die verschiedenen Theorien, die man jetzt aufstellen kann, so ne. Man könnte sagen, das Ding war inszeniert. Man könnte sagen, es war vielleicht sogar geplant. Also man könnte eine Verschwörung daraus machen und sagen, dass eventuell, so wie bei Kennedy damals, irgendwelche Hintermänner da involviert waren, wo ja auch die CIA zum Beispiel mit involviert war. Aber man könnte sagen, es ist einfach nur genau so gelaufen, wie es aussieht, weißt du? Es sind halt jetzt verschiedene Varianten, die im Raum stehen, so. Keiner von uns weiß. Das ist natürlich dann das, was danach passiert ist, also was sich jetzt in den letzten 48 Stunden ereignet hat. Und da sind ja einige Dinge passiert. Also erstmal ist es ja ungewöhnlich, dass Trump so schnell sich wieder erholt hat, dass er jetzt bei der Republican Convention da gleich wieder... Gestern habe ich mir reingezogen, Digga, live, wieder da auf dieser Public Convention an den Start gekommen ist. Ich meine, wenn es nur ein Streifschuss war, warum nicht? ...also auch noch den Vizepräsidentschaftskandidaten nominiert hat. Und das ist natürlich auch wieder eine ganz interessante Sache. Dieser Vizepräsident, Inspe, ist ja jemand, der bis 2016 noch von Trump als einem Idioten gesprochen hat, der ihn völlig abgelehnt hat. Aber interessant sind die ganzen geschäftlichen Verbindungen dieses Mannes. Also der Mann hat... Das ist spannend. ...peter Thiel zusammengearbeitet. Also Peter Thiel ist einer derjenigen, die mit Elon Musk zusammen PayPal ins Leben gerufen hat. Peter Thiel ist der Chef und der Gründer von Palantir. Palantir ist ein IT-Unternehmen, was für das Pentagon arbeitet, was auch für die amerikanischen Geheimdienste arbeitet, was eine ganz wichtige Rolle im Ukraine-Krieg spielt. Also dieser Mann, dieser J.D. Vance ist auf jeden Fall mit dem digital-finanziellen Komplex und dessen Spitzen da ganz eng verbündet. Und interessant ist, dass Elon Musk sofort per AX bekannt gegeben hat, großartige Wahl von Donald Trump. Also er ist 100 Prozent einverstanden mit diesen Kandidaten. Das ist alles halt suspicious, wo ich auch sage, man kann diesen ganzen Politikern nicht vertrauen. Es wird uns als Alternative präsentiert und es wird gesagt, es ist die Alternative zu den Demokraten, beziehungsweise zu Joe Biden und es ist die bessere Wahl etc. Aber diese Jungs, also sowohl der Trump als auch die AfD in Deutschland sind genauso Teil des Systems wie alle anderen. Die haben vielleicht hier und da ein bisschen eine andere Meinung, sind vielleicht hier und da nicht ganz so kontrolliert wie andere, aber nichtsdestotrotz müssen sie das Spiel mitspielen. Wenn sie das Spiel nicht mitspielen, dann würden die nicht mal zur Wahl stehen. Jemand, der Israel kritisiert zum Beispiel und sich für Gaza stark macht, der wird nicht zur Wahl stehen. Der wird gar nicht erst in Office reingelassen. Es gibt einfach Themen, da müssen die mitmachen. Und genauso auch bei diesen ganzen Sachen, die er eben aufgezählt hat mit diesem finanziellen, mit dem digital finanziellen Komplex etc. Wenn du dich den Jungs innen nicht unterordnest, dann bist du ganz schnell weg vom Fenster, mein Jutster. Es lässt mich schon alles vermuten, dass das alles nicht so ganz zufällig passiert ist. Du hast ein paar spannende Buzzwords angesprochen, bevor wir tiefer reingenommen und uns die Geschehnisse ringsherum anschauen. Lass uns mal kurz über zwei, drei Dinge sprechen, die du angesprochen hast. Zum einen sagst du, wir müssen uns anschauen, was danach passiert ist, vielleicht auch nochmal einen Blick zuvor. Es gab ja einen Post von Joe Biden, wo es hieß, man muss Donald Trump ins Fadenkreuz nehmen. Unglückliche Äußerung oder eher eine deutliche Signalwirkung? Der Post wurde übrigens gelöscht. Ich kann das nicht sagen. Ich finde nur interessant, was danach passiert ist, dass Joe Biden danach sofort per Ex bekannt gegeben hat, dass er für Donald Trump betet und vor allem, dass er ihm jetzt sofort zugestanden hat, dass, ach nee, das hat er dem Robert Kennedy dann zugestanden, dass er sofort, also Secret Service beschützt wird und so, ne? Secret Service geschützt werden kann. Ja. Also das ist wirklich, also glaube ich, das Entscheidende dabei ist, dass die gesamte politische Elite der Amerikas plötzlich so zusammenrückt. Also das ist wie ein Schultersch... Hm. Ist das vielleicht der selbe Haufen? Kann das sein. Man weiß es nicht. ... jetzt im Moment. Also alle sind sich plötzlich einig, also wir müssen auf jeden Fall solche Vorfälle verhindern. Und was bedeutet das denn? Alle sind sich einig, die Sicherheit muss verstärkt werden. Und was bedeutet das? Wir müssen innerlich aufrüsten, also im Inneren. Also das bedeutet, wir müssen das Militär stärken, wir müssen die Polizei stärken. Also auf der einen Seite macht es ja Sinn, dass wenn sowas passiert, dass man da, also dass es dann auch Leute gibt, die zum Beispiel jetzt, also wenn ein Anschlag auf jemanden stattfindet und der Mensch hat Kritiker gehabt, so, dann hat das eine ja erstmal mit dem anderen nichts zu tun. Also auch Leute, die ihm kritisch gegenüberstehen, können ja dann trotzdem ihr Mitleid oder Beileid aussprechen, so, weißt du. So, das ist ja jetzt erstmal nicht weit hergeholt. Aber ich bin ja sowieso jemand, der auch schon vor diesem Attentat öfter gesagt hat und vermutet halt, dass auch diese Alternativen, die uns präsentiert werden, eigentlich kontrollierte Oppositionen sind, um den Rest der Gesellschaft wieder abzugreifen, die den Glauben in die aktuelle Regierung verloren haben, so, weißt du. Das verwundert mich natürlich nicht, wenn man eine Agenda im Hintergrund hat, die den Leuten überhaupt nicht gefallen wird. Und das passiert ja gerade im Moment. Wir sehen ja, dass da allenthalben vorbereitet wird, ein neues Geld einzuführen, was den Leuten irgendwie nicht schmecken wird. Ja, also es gibt spannende Bilder auch in den Medien. Einmal, wo ein, ich glaube ein Times-Journalist war es, oder was sie hier nennen, ich weiß es nicht mehr, ein Bild gemacht hat, wo diese Kugel an Trumps Kopf vorbeifliegt. Es gab ja mehrere Schüsse. Ein Schuss hat ihn wohl gestreift. Er hat ja den Kopf beiseite genommen. Und dann gab es entsprechend aber verschiedene Ereignisse. Würdest du sagen, dass es sich bei dem Attentat, zumindest deiner Ansicht, deiner jetzigen Ansicht nach, ich meine, es lässt sich schwer einschätzen, ob man wirklich einen Angriff handelt. Ich bin zumindest laut meiner Ansicht derzeit, dass es so ist, aber was hast du hier an Informationen bereits sammeln können? Natürlich, ich meine, es ist ein Schüsse gefallen, es ist ein Mensch getötet worden, es sind andere Menschen verletzt worden. Blut geflossen auch auf jeden Fall. Also das ist schon ein sehr ernsthafter Vorfall gewesen, aber ich meine, wir wissen ja, dass es diese sogenannten Laihops gibt, also das heißt, let it happen on purpose. 9-11, eventuell auch die Sache damals, wo die Hamas nach Israel gegangen ist, sind meiner Meinung nach genau das, was er gerade beschreibt. Das sind Ereignisse, die passiert sind, damit dann gewisse andere Sachen gemacht werden können. Also es gibt ja Dinge, die die Geheimdienste einfach zulassen. Da werden sie dann informiert, dass irgendwo ein Verrückter, der irgendwas vorhat und das passt gerade ins Konzept und dann schließt man beide Augen zu, lässt das ganze Ding geschehen und dann anschließend ergreift man erst Maßnahmen. Es ist gut möglich, dass es sowas gewesen ist. Allerdings, ich weiß nicht, ob da dann beabsichtigt war, tatsächlich den Donald Trump da zu beseitigen. Also ich mag mich auch gar nicht an diesen ganzen Spekulationen über das Attentat selber beteiligen. Ich sehe nur das, was danach passiert ist. Dann frage ich mich natürlich bei dem, was danach passiert ist, wem nützt das alles? Und ich weiß auf jeden Fall, das Ganze nützt auf jeden Fall erst mal vordergründig dem Wahlkampf von Donald Trump. Also der ist jetzt im Moment so im mittleren Westen wird er gesehen so als eine heiligen Figur. Er hat das überlebt. Also Gott hält die Hand über ihn. Und er hat unglaubliche Stärke gezeigt, weil er sofort aufgestanden ist und sofort die Hand nach oben gereckt hat. Also der gilt jetzt so in den Südstaaten so als der absolute Held. Und das wird ihm ganz bestimmt sehr viele Stimmen bringen. Was ich dann ganz besonders interessant finde, ist das Treffen gestern zwischen Donald Trump und Robert Kennedy. Ich finde es mega. Also ich finde es sehr, wie sagt man, ich finde es beeindruckend von Ernst Wolf, dass er auch einfach sagt, was er denkt so. Das weiß ich halt bei ihm so sehr zu schätzen. Der lässt sich nicht um den Finger wickeln. Der folgt nicht dem, was gerade die breite Masse sagt oder nicht so. Also der sagt das, was er wirklich gerade fühlt und was er denkt, was da passiert ist, beziehungsweise studiert die Dinge, die danach passieren und trifft halt einfach Aussagen, die halt auch großteils eigentlich auch stimmen. Weißt du, also bei vielen Sachen würde ich ihm recht geben hier gerade. Also Robert Kennedy Jr. hat sich gestern mit ihm getroffen und da ging es wohl offensichtlich darum, ob Robert Kennedy ihn in den Rücken stärkt. Und es hat ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal die Vermutung gegeben, dass Robert Kennedy möglicherweise sein Vizepräsident wird. Interessant ist, dass Robert Kennedy im Rennen im Moment bei ungefähr 10 Prozent liegt und möglicherweise das Zünglein an der Waage sein kann. Also ich glaube, dass da wirklich im Hintergrund unglaubliche Grabenkämpfe vonstatten gehen, dass man da im Hintergrund die Figuren in die eine oder die andere Richtung schiebt, nur um vorbereitet zu sein auf den großen sozialen Sturm, der die USA in diesem Herbst erwartet. Weil also die Wirtschaft der USA steht unter Druck, das Finanzsystem steht unter Druck. Man wartet nur darauf, dass BlackRock irgendwann grünes Licht gibt, dass das Finanzsystem zusammenbricht und dass man dann mit der neuen Währung, mit den CBDCs aufwartet. Und um das Ganze über die Bühne zu bringen, muss man die Leute erstens unglaublich... Es gibt sehr viele Leute, die prognostizieren, dass in den nächsten zwei bis fünf Jahren auf jeden Fall ein Systemzusammenbruch stattfindet. Die Leute sind sich nicht einig, wie das passieren wird, aber viele, sehr, sehr viele prognostizieren das so. Gerade im Westen, dass so eine Art Systemzusammenbruch stattfinden wird. Manche spekulieren darauf, dass eventuell ein Krieg stattfindet. Und andere sagen, das kommt Step by Step jetzt. Aber noch was sagt ihr, Chad? Denkt ihr, dass das System in den nächsten zwei bis fünf Jahren, maximal zehn Jahren, auf eine gewisse Art und Weise zusammenbrechen wird? Wenn ja, haut man eine Eins rein. Würde mich interessieren. Wenn nicht, dann knallt man eine Zwei rein. Dazu dient dieses Attentat. Und zweitens muss man die richtigen Leute in die richtigen Positionen bringen. Und mit J.D. Vance ist natürlich ein Vertreter des digital-finanziellen Komplexes da, direkt in eine der Schaltzentralen der politischen Macht gerückt worden. Du hast vorhin noch was gesagt, und zwar Kennedy. Trump soll im Voraus auch gesagt haben, dass er die versiegelten Kennedy-Akten öffnen möchte, wenn er Präsident wird. Damit provoziert er natürlich auch innerhalb der politischen Kreise. Er hat ja seine eigene Plattform, Truth Social, auf der er regelmäßig seine Tweets absetzt. Und entgegen dem hat man aber auch ganz klar diese starke Unterstützung von Elon Musk gesehen. Was führt Elon Musk denn mit dem Schild? Ich meine, Elon Musk hat selbst heute gepostet, dass er die, das ist der erfolgreiche... Ich müsste eigentlich mal den YouTube-Chat im Bild einblenden bei der Reaction, auch für das Video, Digga. Da passiert auch ein bisschen mehr, Digga. Ich mache Umfrage bei Twitch, Digga. Drei Leute schreiben rein. Angst mache ernst. Wolf glaubt wirklich dran, denke ich. Aber er redet da schon 20 Jahre von. Also wie gesagt, ich habe mir mehrere Leute reingezogen aus verschiedenen Sektoren. Und die meisten Leute prognostizieren eine Art Zusammenbruch. Das ist ja auch einfach nur ein Zyklus. Das System muss irgendwann zusammenbrechen. Auf eine gewisse Art und Weise. Vor allem das Geldsystem. Es kann so nicht weitergehen. Und dann wird vielleicht ein Change stattfinden. Es wird auf jeden Fall eine Veränderung stattfinden. Das denke ich auch in den nächsten Jahren. Hundertprozentig. Da weist alles drauf hin auch, weißt du. Global gesehen. Weist alles darauf hin, dass auf jeden Fall so eine Art Krise kommen wird. Ein Systemzusammenbruch. Eine krasse Veränderung. Da wird auf jeden Fall was passieren. Bin ich überzeugt von. Oder dass gestern oder vorgestern, also in den letzten Tagen jedenfalls, der erfolgreichste Klicktag aller Zeiten war. Also dass die Interaktion bei X nach oben geht. Und stellt sich ja dann aber auch wieder so hin, als jemand, der sich gegen die EU-Kommission und den Digital Service Act stellt, weil alle anderen Plattformen die Zensurmaßnahmen unterschreiben. Also das Ganze ist für mich dann doch etwas schwer zu durchschauen, um es mal so auszudrücken. Na ja gut, Elon Musk spielt das Spiel also unglaublich intelligent. Also der Mann ist wirklich nicht dumm, sondern mit allen Wassern gewaschen. Elon Musk, sage ich dir ehrlich, kann ich nicht richtig zuordnen, kann ich nicht richtig einschätzen. Keine Ahnung. Und wir wissen ja alle, dass Elon Musk mit den Geheimdiensten in den USA sehr eng verwandelt ist. Echt? Wusste ich nicht. Er sagt, wissen wir alle. Dass er der höchst subventionierte Unternehmer in den USA ist, von Seiten des Staates. Also das ist kein Mann, der ein Feind des Staates ist, sondern... Krass. Also Elon Musk, bei solchen Leuten kann ich mir halt, wie sagt man, bei solchen Leuten kann ich mir auf jeden Fall kontrollierte Opposition vorstellen, die Trump, Elon Musk und diese ganzen Sachen so, weißt du, kann ich mir definitiv vorstellen. Weiß ich es genau? Nee. Ein Mann, der durch den Staat hochgebracht wurde. Aber wir sehen ja im Moment, dass da die Politik also gewaltig durchgerüttelt wird. Also diese ganzen ehemaligen Schablonen, die wir mal gehabt haben, dass man so die Leute nach links und nach rechts einordnen konnte. Das stimmt in unserer Zeit alles nicht mehr, weil dieser digital finanzielle Komplex, der funktioniert nicht mehr so, wie die Welt früher funktioniert hat. Also wir leben in einer völlig neuen Welt und da muss man diese Klaviatur der digitalen Medien natürlich beherrschen. Und das haben viele Leute noch nicht kapiert. Also ich kenne viele Leute, die sich im Finanzsystem exzellent auskennen, die aber nicht mehr mit der Zeit mitgegangen sind, deren Analysen seit zwei, drei Jahren überhaupt nichts mehr wert sind, weil sie den Einfluss der digitalen Medien da nicht kennen. Aber da ist Elon Musk natürlich ein absoluter Profi in der Hinsicht. Aber ich sehe auch, dass es da einen internen Machtkampf innerhalb der Elite gibt. Und zwar interessant ist auch die Rolle, die Jeff Bezos dabei spielt. Weil Jeff Bezos ist ja inzwischen der Besitzer der Washington Post. Und interessant ist, wie die Washington Post über dieses Attentat berichtet hat. Krass. Die Washington Post hat nämlich so berichtet, wie die Mainstream-Medien in den USA. Da hat es einen Vorfall gegeben. Da hat es einen Vorfall gegeben, bei dem Donald Trump abtauchen musste. Also der hat das Ganze da also überhaupt nicht ernst genommen. Entweder deswegen, weil er irgendwas im Hintergrund weiß oder deswegen, weil er eine ganz andere Einstellung da einnimmt und sich in eine andere Position bringt bei diesem internen Machtkampf innerhalb der amerikanischen Elite. Ja, da gibt es schon Unterschiede auf jeden Fall. Ich meine, so ein Elon Musk hat dafür gesorgt, dass X gekauft wird und dass Freedom, also dass Leute wieder entbannt werden und Leute da Meinungen teilen können, die andere Leute nicht zulassen in den Mainstream-Medien. Macht Talks auf Twitter mit fucking Alex Jones und Andrew Tate und was auch immer so. Weißt du, wie ich meine? Also präsentiert sich so als jemand, der nicht Teil des Systems ist, aber auf anderen Ebenen siehst du dann halt wieder, dass der voll drin ist, weißt du? Deswegen, das ist so, das ist so alles ein Spiel ein bisschen. Bei den Jungs, bei diesen heftigen Millionären, Milliardären, wirst du halt nie genau wissen, was da läuft, weißt du? Aber ich glaube, um überhaupt in so einer Position zu sein, musst du irgendwie mitgespielt haben oder musst irgendwo mitspielen. Das ist schon beeindruckend, was drumherum passiert derzeit und ich sehe das wie du, also man muss die Hintergründe beleuchten. Donald Trump war ja am nächsten Morgen, nachdem er fast einen Kopfschuss bekommen hat, Golf spielen, ja. Er hat auf seiner Truth Social Plattform geschrieben, er möchte den US-Dollar mit Bitcoin hinterlegen, ja. Also holt sich damit natürlich auch eine große Community ab. Dann findet man wohl ein Video von Matthew, Thomas Matthew Crooks, dem mutmaßlichen Attentäter, ich habe es ja nicht vor Ort gesehen, ich kann auch noch aufnehmen, was die Medien sagen, wo er in einem Blackrock-Video auftaucht, in einem Werbeclip von Blackrock. Ernst? Ja, das haben wir auch gesehen. Zufälle? War jetzt halt kein spektakuläres Video, ne? Der war halt in der Schule, Bro. Vielleicht war das, das kann halt auch einfach nur Zufall gewesen sein, ne? Dass er da in diesem Video mit dabei war. So. Das ist ein älteres Video, der war da in der Schule und wurde dann einmal da eingeblendet. Kurz, hat jetzt keine große Rolle in dem Video übernommen. Ich küsse deine Zirbeldrüse. I don't know, Digga. Mark, danke für deine Unterstützung, danke für deinen Support. Danke für deine 18 Monate Unterstützung auf Twitch, Bro. Lieber an dich, Cousin. Mua. Ja, also das Problem ist ja heute, man muss immer sehr vorsichtig sein. Also ich bin auch sehr vorsichtig mit diesem einen Video, wo eine Frau angeblich den Attentäter da gefilmt hat, als er auf dem Dach herumkrabbelt. Man muss sagen, also kein Mensch kann sagen, ob das Deepfakes sind oder ob das tatsächlich wahr ist. Und die Tatsache, dass der in einem Video von Blackrock aufgetaucht ist, das kam ja äußerst suspekt vor. Offensichtlich ist es tatsächlich so gewesen, weil inzwischen also von mehreren Quellen das bestätigt wird. Aber ich warte da lieber, bis ich die absolute Sicherheit habe, bevor ich da also selber da zustimme und sage, dass es tatsächlich real ist. Also wir leben in einer Welt, in der uns so viele Dinge vorgegaukelt werden. Also meine erste Reaktion auf das Attentat war sogar, wer weiß überhaupt, ob das stattgefunden hat. Aber ich meine, sowas kann man nicht so stagen, dass das den Leuten da verborgen war. Der ist tatsächlich da an dem Ort aufgetreten. Und offensichtlich sind diese Videos, wie er da auf der Bühne da sich duckt und wie die Leute auf ihn, seine Secret Service Leute auf ihn draufspringen, die sind offensichtlich real. Also der Teil zumindest stimmt. Aber alles, was drumherum da gepostet wird im Moment, da vermag ich wirklich nicht mehr zwischen Wirklichkeit und virtueller Wirklichkeit zu entscheiden. Wirkt auf jeden Fall real, die meisten Sachen. Aber ich gebe ihm recht, dass es auf jeden Fall in Zukunft auch immer schwieriger wird, virtuelle Videos von echten Videos zu unterscheiden. Und irgendwann wird es so weit kommen, dass wir nicht mehr genau wissen, ob die Dinge wirklich passiert sind oder nicht. Oder ob das alles AI-kreierter Bullshit ist so. Dann sind wir richtig in der Matrix drin. Das sollte uns allen eine ganz, ganz dringende Warnung sein. Wir werden ja in diese Richtung geführt, dass wir diese Virtual Reality mit der tatsächlichen Realität dann verschmelzen lassen und uns dann irgendwann Brillen aufsetzen, von denen wir nicht mehr wissen, von wem sie gesteuert werden und wo uns dann eine Realität vorgegaukelt werden kann, die mit der Wirklichen überhaupt nichts mehr zu tun hat. Da tendieren wir hin, Digga, gebe ich ihm recht? Gerade weil, und da muss man jetzt auch wieder darauf eingehen, natürlich die meisten Informationen eher dann aus X und aus Plattformen kommen, wo genau diese Videos geteilt werden. Also ich möchte nur auf das Video von dem Pastor ansprechen, der wohl im März gesagt haben soll, dass Donald Trump, oder das Video gepostet hat, dass Donald Trump wohl in dieser Art und Weise angegangen wird und der das wirklich bildhaft im Detail mit dem Streifschuss am Ohr und dem Niedergang und dem nachherigen Präsident werden beschrieben hat. So, und diese Informationen, die findest du dann wieder bei Elon Musk, die findest du dann wieder bei X, die findest du dann wieder bei Twitter. Also wie du schon sagst, das könnte natürlich alles ein sehr, sehr großes, inszeniertes Ding sein, aber ich möchte mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, vor allem weil eben Menschenleben gestorben sind und weil es Hinterbliebene gibt, die dann entsprechend hier auch in der Trauer sind. Also das heißt, es ist immer schwieriger, das Ganze zu durchleuchten und das ist aber auch ein Stück weit symptomatisch für das, was du immer vorausgesagt hast, ja, dass wir in ganz wilde Zeiten kommen, in denen es sich nicht mehr wirklich einordnen lässt, was ist Realität, was ist Nichtrealität, was ist gestaged und das gab es aber auch schon in der Geschichte. Also würdest du sogar so weit gehen und hier Parallelen zu Kennedy ziehen, was hier mit Trump passiert ist? Ja, es gibt eine ganz, ganz gewaltige Parallele zu dem Kennedy-Mord, den ich ja damals als 13-Jähriger selber noch am Radio mehr oder weniger mitbekommen habe. Ich weiß noch, wie damals durchgegeben wurde, Sondermeldung, der amerikanische Präsident ist gerade einem Attentat zum Opfer gefallen. Crazy. Interessant war ja, dass man damals jemanden beschuldigt hat, der später mehr oder weniger entschuldigt wurde, also das war Lee Harvey Oswald, dem hat man damals das Attentat untergeschoben und interessant ist, dass Lee Harvey Oswald zwei oder drei Tage nach dem Attentat von einem weiteren Attentäter umgebracht wurde, sodass derjenige, der beschuldigt wird, also auch nicht mehr als Zeuge oder als Befragter infrage kommt. Also jetzt hat man diesen Thomas Crooks da sofort erledigt. Uns allen wird gesagt, der hat auf Donald Trump geschossen. Wer weiß, ob das tatsächlich stimmt. Also kein Mensch kann das bestätigen und derjenige, der das Ganze getan hat, der ist beseitigt worden, der wird also auch keine Aussage mehr machen. Also für mich ist das im Moment die wichtigste Parallele. Ist so. Und dann ist ja auch, wie lange ist das her? Ist glaube ich erst ein paar Jahre her, als auch Dokumente geleakt, also nicht geleakt wurden, freigegeben wurden endlich, declassified worden sind, die bewiesen haben oder gezeigt haben und gesagt haben, dass die CIA in den Mord mit involviert war. Musst du dir mal überlegen, Digga. Weißt du, was ich meine? Also wir wissen alle einen Scheißdreck, was da wirklich passiert ist. Und da könnte in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren, vielleicht nach unserem Leben, könnten da noch Dinge zu rauskommen. Und das ganze Ding könnte auf einmal doch ganz anders gewesen sein, weißt du? Ich sehe, das ist eine Sache, die mich also wirklich an der Inszenierung diesmal zweifeln lässt. Das ist das Attentat auf Ronald Reagan. Ich glaube, das war 1986 oder so. Da ist Ronald Reagan tatsächlich auf ihn geschossen worden. Da haben sich seine Leibwächter sofort auf ihn geworfen. und ihn sofort in ein Auto gezerrt, also auf eine ziemlich knallharte Art und Weise ins Auto gezerrt, das Auto zugemacht, sind sofort weggefahren. Also die hätten dem niemals erlaubt, aufzustehen und irgendwie die Faust zu recken und sich nochmal in Gefahren zu begeben. Also das ist das. Hat schon ein paar gute Observierungen hier, ne? Ein paar gute Punkte auf jeden Fall. Ein paar gute Vergleiche hier, Chad. Was sagt ihr dazu? Das ist das, was mich an der ganzen Sache so zweifeln lässt. Also warum lässt man diesen Donald Trump da nochmal aufstehen, seine Faust recken, dann sagen, fight, fight, fight. Ich meine, der Mann ist in dem Moment, wenn tatsächlich das ein wirkliches Attentat war und da möglicherweise noch ein zweiter und dritter Schützer dabei, ist der in Lebensgefahr. Die Leute haben das einfach zugelassen. Also das lässt mich da wirklich an vielen Dingen zweifeln. Es gibt auch Videos, wo man im Hintergrund sieht, dass kurz vor den Schüssen im Hintergrund hinter der Bühne Leute beiseite gebracht werden. Auch das ist etwas, was mich ein bisschen skeptisch gemacht hat, wenn man sich überlegt, dass hier vielleicht schon vorab Informationen... Einer schreibt gerade bei Twitch, die sind aufgestanden, nachdem der Attentäter eliminiert war. Ganz einfach. Und wer hat denen versichert, dass der Attentäter alleine war und dass es nicht noch weitere Attentäter gibt? Wie konnten die sich da sicher sein? Wussten die das? Was? Und wenn, dann woher? Diesen Abschuss bekannt waren, ja. Und was mich auch skeptisch werden lassen hat, war, wie du schon sagst, diese Art von Secret-Service-Leuten. Also es gibt Videos von einer Dame, die sich versucht, Waffen in den Halfter zu schieben und die braucht zwei Minuten, um den Halfter zu finden. Also was willst du denn mit so einem Secret-Service, ja? Also die Frage ist wirklich, wie viel davon es war und was es nicht war. Eines ist aber klar, dieses Bild wird, ob wahr oder nicht, definitiv in die Geschichte eingehen, ja. Und wahrscheinlich zum Bild des Jahrzehnts oder vielleicht sogar des Jahrhunderts werden, ja. Und Trump wird, wenn er bis zum Wahlkampf bzw. bis zur Präsidentschaftswahl es schaffen sollte, nun meiner Meinung nach sehr, sehr sicher Präsident werden. Oder hast du hier noch andere Ansichten? Ich denke, da wird möglicherweise noch einiges passieren. Also ich bin immer noch sehr im Zweifel, ob Joe Biden da wirklich das Rennen tatsächlich machen wird am Schluss. Nein, Digga, geht nicht mehr. Vor allen Dingen jetzt nicht mehr. Ob er nicht vorher ausgetauscht wird, man kann auch nicht ausschließen, dass er selber zurückzieht, weil es ist ja so offensichtlich, dass der Mann die nächsten Jahre nicht durchstehen wird. Es kann natürlich auch sein, dass da irgend... Es wäre krass, wenn die den vor Dings noch austauschen vor der Wahl. Was passiert, von dem wir jetzt noch nicht... Vielleicht ist er auch schon ausgetauscht. Es geht. Wir wissen, dass er dann deswegen nicht in Frage kommt. Also ich vermag da nicht in die Zukunft zu blicken, aber ich weiß eben, dass im Hintergrund auf jeden Fall noch Michelle Obama da ist. Michael! Der Jutz da, Alter! Okay? Dass die, also die Einzige wäre im Moment im Verbunden mit Bobby Kennedy. Also ich denke, dass Bobby Kennedy möglicherweise noch eine ganz entscheidende Rolle... Ja, safe, Digga. Glaube ich auch. ...spielen wird. Ich habe mir gerade nochmal angesehen in der Geschichte, wie es so zu Rechtsaußen-Linksaußen-Allianzen gekommen ist. Also wenn man sieht, was die Syriza da gemacht hat. Also die Syriza war ja so eine Linksaußenpartei in Griechenland. Die haben sich dann aber mit der ANL, mit der Ultrarechten da verbündet. Also ich sehe... ...im Moment auch so eine Möglichkeit... Bro, irgendwann haben wir AfD und Wagenknecht als Regierung, Digga. Stell es dir vor. Alles möglich, Bro. Bei dem Kasperl-Theater da. Dass vielleicht Donald Trump am Schluss dann Bobby Kennedy vielleicht zu seinem Umweltminister macht. Also das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Und dann auf diese Art und Weise die ganzen, zum Beispiel die ganzen Leute, die in der Corona-Krise gegen die Pharmaindustrie gewesen sind, auf seine Seite zieht. Wir dürfen nicht vergessen, also der Neue, der J.D. Vance, ist einer, der offensichtlich der Pharmaindustrie sehr nahe steht. Der hat nämlich damals bei Twitter gepostet, jede Krankenschwester in den USA, die sich umgehend impfen lässt, sollte sofort entlassen werden. Also das ist auch ganz interessant, dass Donald Trump da gar keine Hemmungen hat, jemanden da zu nehmen, der offensichtlich nicht dem entspricht, was er damals gedacht hat. Aber das finde ich sowieso interessant an dieser Sache. Also dieser J.D. Vance hat so unglaublich gegen Trump gestänkert noch vor ein paar Jahren, hat ihn als Idioten bezeichnet, hat ihn mit Adolf Hitler verglichen und ist plötzlich also so ein Mann, der Donald Trump gefällt. Donald Trump hat bei seiner Auftritte neben dem Mann gestanden und hat gesagt, dieser Kerl küsst mir den Hintern jetzt, aber kein Wunder, ich unterstütze ihn ja, damit der Senator von Ohio wird. Also die nehmen da alles, was ihnen gerade in den Kram fasst und haben da moralisch überhaupt keine Hemmungen über alles dahin, sich hinwegzusetzen, was sie in der Vergangenheit gesehen haben. Also das ist Machtpolitik vom Allerfeinsten. Wie wichtig würdest du sagen, ist dieser J.D. Vance? Puppenspiel auch. Wenn hier mal ein, sein Vizekandidat, den Trump jetzt eben für den Republikanerwahlkampf aufstellen lassen hat. Der Mann hat natürlich ein unglaublich gutes Netzwerk. Also der Mann ist verbunden mit Elon Musk, der Mann ist verbunden mit Peter Thiel. Das sind zwei ganz, ganz große Ikonen im digital-finanziellen Komplex. Interessant ist, der Mann ist einer der Hauptinvestoren zusammen mit Peter Thiel bei Rumble. Also einer angeblich alternativ. Oh, shit. Echt? ... alternativen Plattform. Angeblich alternativ. Bruder, die sind schon sehr alternativ. Auf diese Art und Weise hat man schon wieder die nächste Plattform in die eigenen Reihen mit eingegliedert. Wir wissen ja auch, dass der Telegram-Gründer ein Mann des WEF ist. Also das ist also... Shit, Alter. Unglaublich, wie diese ganze Elite sich gerade die sozialen Netzwerke da auch da, wo man angeblich noch freie Rede hat, wie die sich die unterwerfen. Und ich meine, wir... Ja, okay, Alter, aber man muss schon sagen, also man muss schon sagen, dass du auf X oder auf Rumble oder auf... Kick wird jetzt langsam schon wieder wie Twitch so. Da wurden auch jetzt voll viele Creator gebannt in den letzten Wochen. Aber auf Rumble und auf X zum Beispiel kannst du schon deutlich mehr sagen, als auf YouTube, Twitch oder auf anderen Plattformen. So, weißt du, das muss man schon ganz klar so sagen, wie es ist. Kannst du nicht... Das kannst du nicht... Wie soll ich sagen? Das kannst du nicht absprechen, so, weißt du? Wer weiß, wie es in Zukunft aussehen wird? Wer weiß, ob das vielleicht auch nur Psy-Op ist im Endeffekt, um Leute zu locken und dann im Endeffekt auch wieder so zu sein wie alle anderen. Aber aktuell sind das schon so die Plattformen, wo du am meisten Möglichkeiten hast, deine Meinung zu äußern. Genau. Wenn Elon Musk mit den Fingern schnippst, dann ist bei X, da gehen auch die Lichter für viele Leute aus. Ja, ich finde es auch bemerkenswert, dass er doch recht jung noch zu sein scheint. Wenn du halt so denkst, wie er jetzt gerade das Szenario aufbaut, so, ne? Was willst du denn machen? Dann ist ja alles korrupt und alles scheiße und alles... Keine Alternativen in Sicht und so. Und dann... Weiß ich nicht, Digga. Dann gibt man ja auch so ein bisschen die Hoffnung auf, habe ich das Gefühl, oder? Wenn man zu krass hinter jedem und allem irgendwas vermutet, so. Also ich finde es gut, skeptisch zu sein, so weißt du. Und Dinge zu hinterfragen natürlich und sich zu denken, okay, die könnten auch Teil des Systems sein und auch kontrollierte Opposition sein. Und das macht ja auch Sinn, wie er es erklärt, ne? Gerade diese ganzen Milliardäre wie Elon Musk oder auch der Chris von Rumble oder so oder der neue Vize jetzt hier, macht ja Sinn, dass die eventuell auch gesteuert sind auf eine gewisse Art und Weise, so. Aber was ist die Alternative dann, weißt du? Und so. Und die Frage ist, ob es nicht wirklich Menschen gibt. Also gibt es nicht vielleicht wirklich Menschen, die viel Geld erwirtschaftet haben, die an eine gewisse Position gekommen sind, die halt wirklich dafür sorgen wollen, dass es noch Plattformen gibt oder Möglichkeiten gibt, dass man seine Meinung sagen darf, so, weißt du? Kann das nicht auch möglich sein, dass es vielleicht Leute gibt, die da wirklich ein ehrliches Interesse daran haben, so? Also dieser J.D. Vance, ja. 39, ja. Wenn man sich die Altersklassen der beiden direkten Protagonisten von Trump und von Biden anschaut, dann spielt man ja in einer ganz anderen Liga, ja. Also wird es hier vielleicht auch irgendwo einen politischen Umbruch geben, was das Thema angeht? Oder denkst du wirklich, dass es die Nähe zu den großen Digital Billionaires sozusagen in den USA ist, die da mit reinschwingt? Weil ich meine, Trump selbst ist ja auch mit Musk sehr eng, zumindest wenn man sich das so anschaut, wie die beiden öffentlich auftreten. Genau, und die sind natürlich auch nicht dumm. Die wissen auch, dass Trump nicht der Jüngste ist. Ich glaube, er ist 78 im Moment. Da kann es auch sein. Ich meine, wenn er dann Präsident ist, wird er auch noch 81, 82 sein als Präsident. Es ist auch nicht gesagt, dass der die ganze Zeit durchsteht oder dass ihm irgendwas geschieht. Das ist auch schon sehr alt, ne? Dann würde natürlich dieser J.D. Vance sofort nachrücken. Dann wäre also ein direkter Vertreter des digital-finanziellen Komplexes mit an der Spitze, an der politischen Spitze. Also die finanzielle Macht haben sie sowieso, die wirtschaftliche Macht haben sie auch. Auf diese Weise hätten sie eine eigene Marionette direkt ganz oben an der Spitze. Und das würde die ganze Sache natürlich weitgehend vereinfachen für diese Leute. Also ich glaube, die denken da schon ein bisschen an die Zukunft. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin noch nicht sicher. Also im Moment ist es so irre, dass das ganze politische und wirtschaftliche Leben ist so eine Achterbahnfahrt im Moment, dass man nicht... So viele Informationen auch so. Du weißt gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, ne? Deswegen, das Beste, was du machen kannst, ist, dich auf dich zu konzentrieren. Schön, Verbindung mit Gott aufbauen, mit dir selbst aufbauen, was Hand in Hand geht und Familie, Natur. So, so. Wer ausschließen kann, dass in der nächsten Woche schon wieder alles ganz anders aussieht. Wichtig ist immer zu wissen, wer im Hintergrund davon profitiert. Und im Hintergrund profitiert im Moment der digitale finanzielle Komplex, weil gerade jetzt die letzten Tage sind wieder alle Augen auf dieses Attentat gerichtet. Alle Leute werden damit also praktisch konditioniert zu glauben, dass die Politik so wichtig ist. Keiner guckt mehr aufs Finanzsystem, keiner guckt mehr mehr drauf, was in der Wirtschaft passiert. Und da kann man natürlich jetzt im Moment manipulieren und vorbereiten und alles Mögliche tun, um die große Agenda im Hintergrund da weiter durchzuziehen. Und die große Agenda im Hintergrund ist nichts anderes, als dass die digitale Zentralbankgewährung eingeführt werden soll. Das wäre auch meine Frage jetzt. Und zwar, was sind denn die Dinge, die parallel passieren, auf die die Menschen nicht schauen? Weil oftmals sind solche großen Ereignisse natürlich auch genau dann gewünscht, wenn andere Dinge im Hintergrund durchgewunken werden. Ich habe jetzt nur ein Beispiel, das die wenigsten mitbekommen haben, dass in den letzten Wochen mehr als 40 Banken in China verschwunden sind, sozusagen von den großen geschluckt wurden. Und dass die Menschen dort beginnen, Kameramasten abzusägen und diese zu stürzen. Also es passiert was. Was? Ja, ja, also die Elite ist offensichtlich in großer, großer Panik im Moment, weil denen die Macht wirklich zu entgleiten droht. Und weil diese ganze Agenda inzwischen so unmenschlich ist und auch so offen und so hemmungslos ausgetragen wird, dass immer mehr Menschen zweifeln an dieser ganzen Sache. Also da glaube ich schon, dass da wirklich viele Leute da... Es wird einiges passieren in der nächsten Zeit, sage ich dir ehrlich. Im Moment denken, sie müssen sich wirklich auf ganz, ganz harte Zeiten vorbereiten. Und die stehen uns tatsächlich bevor. Ja, ja, weltweit auch. Die nächsten Wochen und Monate werden doch relativ ungemütlich. Also einmal das, was in China passiert ist. Was auch ganz interessant ist, dass während das Attentat auf Trump passiert ist, Israel der Gaza City wieder angegriffen hat und da unglaublich brutal vorgegangen ist. Krass. Habe ich nicht mitbekommen. Hm. Hm. Und dass wir jetzt einen neuen Vizepräsidentschaftskandidaten haben, der absolut der Israel wieder den Rücken stützt. Trump selber auch. Und interessant ist auch die Aussage von Javier Milley, der sofort also auch zu dieser Wahl gratuliert hat, also auch in einer Reihe steht mit J.D. Vance. Also da ist... Dings war auch auf der Bühne, Digga. Tucker. Tucker Carlson war auch mit auf der Bühne gestern. So eine internationale Front entstanden. Und ich glaube auch, dass das politische Programm von Trump viele dann überraschen wird. Also wenn Trump tatsächlich an die Macht kommt, dann wird er genau das Gleiche machen, was Milley in Argentinien gemacht hat. Der wird das härteste Austeritätsprogramm aller Zeiten in den USA einführen. Und zwar einführen müssen, weil er sonst selber nicht mehr an der Macht bleiben kann. Es wird also dazu kommen, also noch viel härter als das, was er in seiner Präsidentschaft getan hat. Viele haben ja vergessen, dass er in seiner Präsidentschaft die obersten 1% da steuerlich unglaublich begünstigt hat. Also ungefähr um das Hundertfache höher als die einfachen Leute. Also die einfachen Leute haben Steuererleichterungen so um die 600.000 Dollar bekommen. Das obere Prozent hat in der Amtszeit von Donald Trump Steuererleichterungen von etwa 60.000 Dollar bekommen. Also da ist schon der Boden gelegt für dieses ganze Austeritätsprogramm, was die Amerikaner da erwartet. Und ich glaube, falls Trump an die Macht kommt, dann wird es ganz schnell ein ganz böses Erwachen bei sehr vielen Amerikanern geben. Und da muss man sich natürlich darauf vorbereiten. Da muss man den ganzen Sicherheitsapparat richtig aufrüsten. Und dazu dienen natürlich auch solche Dinge wie dieses Attentat. Weil der Ruf nach mehr Sicherheit wird auf jeden Fall in ganz lautem Maße in Amerika jetzt erscheinen. Sehr interessant, Bro. Sag ich dir so, wie es ist. Ernst höre ich gerne zu. Ja, aber die Menschen sind natürlich absolut verunsichert. Ich möchte nochmal kurz zurück auf das digitale Zentralbankgeld. Du sagst es ja immer so schön. Dieses große Thema ist es, was eigentlich... Jetzt ein bisschen off-topic. Ich hatte jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich finde auch seine Stimme nice. So. Ich finde seine Stimme auch sehr angenehm zum Zuhören. ...aus den Augen geraten muss, damit man es in Ruhe umsetzen kann. Und einer der Hauptgründe für die soeben genannte Bankenkrise in China ist ja der Immobilienmarkt gewesen. Der Gewerbeimmobiliensektor, aber auch der private. Und dieser bricht jetzt gerade weltweit ein. Also nicht nur in China, sondern in den USA, aber auch hier in Deutschland sind viele Banken beteiligt. Vor allem eben in Deutschland und in den USA. Wird es vielleicht auch deswegen momentan notwendig sein, den Fokus davon wegzulenken, dass auf keinen Fall diese Panik ausbricht, dass die Menschen ihre Gelder von den Bankkonten abheben. Absolut. Also die Immobilienkrise in China, die schwelt ja schon seit mehr als zwei Jahren jetzt. Interessant ist ja, dass sie den Bankensektor jetzt erreicht hat. Dass da also das Schattenbankensystem in China unglaublich ins Wanken geraten ist. Und man darf nicht vergessen, dass sehr viele Amerikaner, auch große Investoren aus den USA, in China mit investiert sind. Man darf nicht vergessen, dass BlackRock das erste Unternehmen war, was in China frei arbeiten durfte. Also was da ohne eine Allianz mit der chinesischen Volksbank eingehen zu müssen oder mit irgendwelchen chinesischen Banken da so eine sogenannte Joint Ventures einrichten zu müssen, alleine da arbeiten durfte. Also BlackRock und Larry Fink sind natürlich auch ganz daran interessiert, dass in China jetzt erstmal der Deckel draufgehalten wird und dass da nichts Großes passiert. Dann muss man sagen, die Immobilienblase in den USA, die Blase der Gewerbeimmobilien, die liegt im Moment so ungefähr bei 5 Billionen Dollar. Und diese 5 Billionen Dollar, die sind großenteils in Verbriefungen wieder an westliche Banken verkauft worden. Also da schwelt auch ein Pulverfass unter der Oberfläche, was jederzeit hochgehen kann. Also ich glaube einfach nur, dass diejenigen, die da die Entscheidung treffen werden, das sind BlackRock, Vanguard und Co., dass die im Moment abwarten, den günstigsten Moment, um das ganze Ding hochgehen zu lassen. Aber es ist absolut unbestritten. Also wir stehen vor dem größten Wirtschafts- und Finanzeinbruch, den die Welt seit etwa 100 Jahren gesehen hat. Wahrscheinlich wird diese Krise wesentlich größer werden als die große Depression in den USA damals oder die weltweite große Depression Anfang der 30er Jahre. Tschüss. Tschüss. Ernst, nicht nur in den USA gibt es Neuigkeiten, sondern auch in Deutschland. Beginnen wir mal hier. Nancy Faeser hat gerade das Magazin Kompakt, weil es als rechtsradikal eingestuft wurde. Krass, Decker, das hat mir einer auch vorhin in den Chat reingeschrieben. Können wir auch noch mit reinnehmen hier, ne? Mal gucken, was hierzu erzählt wird. Verboten, ja. Was sagst du dazu? Wird es in Zukunft noch mehr solche Einschränkungen? Einer schreibt, puh, weiß ich nicht, Digi. Einer weiß von uns, ob das wirklich stimmt oder nicht. So, weißt du. Ich kenne nur auf jeden Fall einige Leute, die sich viel mit Historie auseinandersetzen und die Zyklen studieren und die sich auch mit dem Finanzwesen und mit Kriegen etc. auseinandersetzen, die ähnliche Dinge prognostizieren. Also die meisten Leute, die sich mit diesen Sachen auseinandersetzen, prognostizieren das in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Und in naher Zukunft auf jeden Fall einiges passieren wird. So, was genau passieren wird, weiß nur Gott, bro. Was sind die Gründe, das als rechtsradikal einzuordnen? Warum wird genau die Meinungsfreiheit in den letzten Jahren hier so stark beschnitten? Ja, aus dem gleichen Grund. Also, weil die Mächtigen wissen ganz genau, dass sie im Moment da ein bisschen den Rückwärtsgang einschalten müssen und dass sie kritische Stimmen da beseitigen müssen. Und Kompakt hat ja nun einen relativ großen Zuschauer- und Zuhörerkreis gefunden in Deutschland. Das ist natürlich, also auch Kompakt steht ja nahe der AfD. Und die AfD hat man jetzt erkoren so praktisch als Sündenbock. Wobei ich sagen muss, die AfD spielt diesen Sündenbock auch sehr gut. Das ist genauso wie in den USA. Da gibt es auf der einen Seite Biden, da gibt es auf der anderen Seite Trump. Ich küsse deine Zähnendrüse. Facts, sehe ich genauso, Digga. Bei uns gibt es auf der einen Seite Herrn Scholz, Herrn Habeck und Frau Baerbock. Auf der anderen Seite gibt es die AfD. Alle spielen ein großes Spiel, um uns alle von den wirklich wichtigen Dingen im Hintergrund abzulenken. Und die wirklich wichtigen Dinge, die haben wir ja gerade eben angesprochen. Vor allen Dingen auch nicht nur die wirklich wichtigen Dinge im Hintergrund, sondern es soll die Menschen auch davon ablenken, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und endlich mal eine vernünftige spirituelle Stabilität aufzubauen. Eine Verbindung mit Gott, Verbindung mit dem Höheren. Sodass du nicht mehr so leicht lenkbar und steuerbar bist. Wir sollen halt keine stabilen Menschen sein. Wir sollen immer im Außen irgendwelche Probleme vermuten und irgendwelchen Parteien vertrauen und hin- und hergerissen sein und uns mit anderen streiten, damit wir ja nicht in unsere eigene Power reinkommen und dann auch anfangen, andere Menschen zu lieben und immer innerhalb des Volkes zusammenzukommen endlich und zu realisieren, dass wir eigentlich alle zusammengehören. Weißt du? Und dass es ein paar Menschen gibt, die vermeiden wollen, dass wir endlich alle zusammenkommen. Das ist meine persönliche Meinung auf jeden Fall. Genauso dazu dienen, jetzt wird es in Deutschland einen großen Schrei der Empörung geben über dieses Verbot. Dann werden wahrscheinlich noch andere weiter verboten. Und das dient natürlich dazu, dass die Leute einfach nicht auf das gucken, was wirklich wichtig ist und was sie in der Zukunft erwartet. Also wir sehen ja auch, dass die Unsicherheit in der Welt sich unglaublich vergrößert. Das können wir ganz einfach an den Zahlen ablesen, an den Zahlen des Goldpreises. Also der Goldpreis schießt jetzt wieder in die Höhe. Und wir wissen ganz genau aus der Geschichte, wenn der Goldpreis in die Höhe geht, dann deswegen, weil die Unsicherheit in der Welt wächst. Und die Unsicherheit, die wächst im Moment in einer Weise, wie ich sie also in meinem Leben kaum jemals zuvor erlebt habe. Das kann ich auch bestätigen. Und wir stehen gerade wieder, während wir das Video drehen, nahe dem Allzeithoch. Wir haben es gestern schon das ein oder andere Mal gekratzt. Also wir haben den Goldpreis von gerade 2.400... Bitcoin auch gestiegen, oder? ...40 US-Dollar. Das Allzeithoch war 2.446 im Schlusskurs. Also ich bin mal gespannt, ob wir es womöglich heute machen. Ernst, das sind ganz, ganz wilde Zeiten. Noch einmal zu kompakt. Kompakt wurde ja nicht nur verboten. Was mich dabei besonders schockierte, neben den Hausdurchsuchungen, Hausdurchsuchungen ist auch, dass das Vermögen sofort eingezogen und beschlagnahmt. Das ist halt krass. Aufgrund von politischer Meinung oder angeblichem Verdacht auf Rechtsradikale oder was, Digga? Das ist doch crazy, Bro. Ist das ein Zeichen dafür, dass Enteignungen auf uns zukommen und ein Vorbot dafür, was mit den CBDCs und der Verbindung der digitalen ID in Zukunft... Digga, Alter. Musst du jetzt schon Angst haben, wenn du eine gewisse Meinung vertrittst? Also ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber wenn du eine gewisse Meinung vertrittst, eine gewisse politische Meinung vertrittst, musst du schon Angst davor haben, dass dein Vermögen eingefroren wird, dass du im Knast landest und so. Das ist Faschismus, Digga. Wir sind wieder da. Ja. So. Und bevor steht? Ganz genau. Also ich sehe diese Angriffe auf... ...kompakt genauso, wie ich die Flüchtlingskarte sehe. Also da wird eine kleine Gruppe rausgenommen. Gegen diese kleinen Gruppe wird mit unglaublicher Härte vorgegangen. Es gibt viele Leute, die das befürworten und die keine Ahnung haben, dass das Maßnahmen sind, die dann irgendwann mal sich gegen sie selbst richten können. Also genauso wie mit den Flüchtlingen. Da viele Leute sagen jetzt wunderbar, dass diese Flüchtlingskarte kommt, dass diese Leute ihr Geld nicht mehr nach Hause schicken können, dass dieses Geld zweckgebunden, ortsgebunden und so weiter programmierbar ausgegeben wird. Ach echt? Flüchtlingskarte noch nie gehört, Digi? What? Also Flüchtlinge bekommen jetzt Geld, was irgendwie ortsgebunden ist, was nicht mehr nach Hause geschickt werden kann etc. pp. oder was? Und die Leute sagen geil und so. Ja, normal sagen die geil, weil die erstmal schon Anti-Migranten-Propaganda gemacht haben, dass sie sich dann freuen quasi. Aber ihr müsst mal einfach nur einmal ganz kurz weiterdenken so. Und überlegen, dass das eventuell mit uns auch gemacht werden kann so. Wenn du einen YouTube-Kanal hast zum Beispiel, der mal hier und da ein bisschen rumschwurbelt, dann kriegst du dein Geld nur noch mit gewissem, auch mit so einem, hier, mit sowas ausgezahlt, mit so einer Karte. Und dann wird das an deine Meinung gekoppelt, mein Juts da. So. Dann hältst du mal deine Schnauze, dann wird nur noch einmal die Woche geschwurbelt, sonst wird dein Geld eingefroren. Die haben keine Ahnung, dass das ein Testlauf ist für das Geld, was ihnen dann droht und dass ihnen dann die gleichen Maßnahmen drohen. Es ist schon unglaublich geschickt, wie die Elite da arbeitet im Moment. Wie heißt das? Flüchtlingskarte? Noch nie gehört, Digga. Bezahltkarte für Geflüchtete. Geflüchtete sollen Leistungen über eine sogenannte Bezahlkarte erhalten. Statt mit Bargeld können sie nun mit dieser Karte zahlen. Eine entsprechende Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes ist am 16. Mai 2024 in Kraft getreten. Rahmenbedingungen, gibt es solche Bezahlkarten, Möglichkeit Asylbewerber, Bezahlkarte wurde ausdrücklich Leistungsform aufgenommen, gleichzeitig Einsatzmöglichkeiten erweitert. Das heißt, nun können die Geflüchtete, egal wie sie runtergebracht sind, die zustehende Leistung der bezahlten Karte erhalten. Nutzungsweise der Karte Ländersache in konkreten Ausgang der Bezahlkarte überlegen, wie viel Geld in einem bestimmten Zeitraum mit der Bezahlkarte abgehoben werden kann. Okay, die werden natürlich hier nicht reinschreiben. Das ist auch orts- und zeitgebunden. Das hätte mich jetzt mal interessiert hier. Bezahlkarte kommt, was Flüchtlinge noch kaufen dürfen. Ach, du Scheiße, Alter. Das ist ja heftig. Überweisungen sind gesperrt. Deutsche Sozialleistungen können also nicht einfach an Schlepper oder Verwandte im Herkunftsland weitergegeben werden. Bis jetzt für viele der Anreiz nach Deutschland zu kommen, Flüchtlinge können mit der Karte nicht im Ausland bezahlen. Die Karte funktioniert nur in Deutschland. Es gibt jedoch keine Einschränkungen auf die Waren. Alkoholkauf ist möglich. Es können geringe Bargeldbeträge abgehoben werden als Taschengeld. Je nach Bundesland gibt es festgelegte Mindest- und Maximalspannen. Wow, Digga. Verlernen wir hier einiges gerade. Wie die das Ganze inszeniert, so mehr oder weniger zugunsten der Leute. Also das ist so ein politisches Prinzip, was so seit einigen Jahren gemacht wird. Das ist ja auch im Rahmen des Klimawandels gemacht worden. Im Rahmen des Klimawandels werden viele Leute enteignet, viele Leute in ihren Rechten eingeschränkt. Alles zugunsten der Rettung des Planeten. Vorher wurde das getan im Dienste der Gesundheit. Da wurden den Leuten Lockdowns aufgezwungen. Es wurde ihnen aber gesagt, das ist zu euren Gunsten, um euch zu schützen. Also es ist schon irre, wie die Welt im Moment also die Werte so umdreht und auf den Kopf stellt und wieder eine ganz winzige Minderheit, also die große Mehrheit dahinter das Licht führt. Ja, also große Razzia gegen... Und wenn du anfängst, da die Dinge zu vermuten, die der Ernst jetzt hier vermutet oder mal ein paar Theorien aufstellst und ein bisschen weiterspinnst, dann bist du direkt Verschwörungsnazi und wirst gecancelt, Digga. So. Oder wie kompakt, dann direkt einfach mal wird alles gelöscht und deine Bankkonten werden eingefroren, Bro. Wuhu. Wuhu. Medien in der heutigen Zeit, man muss ganz klar auch aufnehmen, wie die Medien das präsentieren. Also die großen, sag ich jetzt mal, öffentlich-rechtlich finanzierten schreiben sofort alle vom rechtsextremen oder rechtsextremistischen Magazin. Faser verbietet rechtsextremistisches Magazin Kompakt. Die Bild nennt es Razzia gegen Magazin, also da fehlt dann das Wort rechtsextrem. Rechtsextremes Magazin. Haben wir uns nicht mal ein, zwei Videos von Kompakt? Ja, zu diesem LGBTQ-Wahnsinn haben wir uns, glaube ich, mal ein Video reingezogen. Ein, zwei Videos haben wir uns von denen auch reingezogen. Ja, also man sieht schon, ich frage mich mittlerweile, was der, also ab wann man rechtsradikal ist, so weißt du, ich habe das Gefühl, dass alles, also das habe ich ja auch bei dem Moki-Talk gemerkt, den ich jetzt vorgestern gemacht habe, so alles, was nur ein bisschen konservativ, so ein bisschen rechtere Ansichten tendiert, ist dann schon rechtsradikal direkt. Also solche Leute kann man dann schon direkt auch als Nazi bezeichnen, so. wo ist denn da die, wo ist denn da die Grenze, wo ist denn da der Übergang, so weißt du? So. Was ist das für eine Scheiße, Bro? Vor allen Dingen echte Nazis, das wird auch so voll verlächerlicht, so. Das Wort Nazi wird mittlerweile so rumgeschmissen und wird einfach auf jeden projiziert, der ein bisschen andere Meinung hat und ein bisschen am Narrativ vorbeidenkt, so, du bist ein Nazi, so, du bist ein Nazi, du bist ein Nazi. Die echten Nazis lachen sich ein Arsch ab, Digga. Ein ganz, 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 ganz klarer Einschnitt in der Meinungsfreiheit, mal abgesehen davon, dass ich Kompakt jetzt nicht so sehr verfolgt habe, um beurteilen zu können, ob es hier wirklich irgendwelche Gespräche oder Tendenzen gab in diese Richtung, aber es ist, es erschüttert mich, gerade als jemand, der sich auch in den Alternativmedien bewegt, wie schnell heute auf Knopfdruck Leute beseitigt werden können, ohne Vorwarnung, über Nacht, ganz Existenzen vernichtet, also es ist, es ist eine wilde Zeit. Es sind sehr wild, das ist sehr wild. Ich muss da auch mal ganz klar sagen, also ganz egal, was Kompakt geschrieben hat, solange Kompakt nicht dazu aufruft, Menschen umzubringen, haben die das. Free Berlin schreibt gerade, Kompakt ist mega recht, hab sie aber abonniert, weil die ab und an gute Daten liefern. So, ich meine, rechts sein bedeutet ja noch lange nicht, dass du rechtsradikal oder Nazi bist, Digga, weißt du? So. Recht, also auch ihre, ihre Ansichten dazu vertreten, also wenn die nicht zur direkten Gewalt gegen Menschen aufrufen, wie das ja im Moment einige Leute tun, man muss sich ja vorstellen, es gibt ja einige Kabarettisten, ich will jetzt keine Namen nennen, die aufgetreten sind und gesagt haben, schade, dass die Kugel nur Donald Trumps Ohr getroffen hat. Also wer so etwas... Das, genau, so sieht's aus, Bro. So sieht's aus, Digga. Der sollte wirklich belangt werden, weil das ist die Aufruf, ein direkter Aufruf zum Mord und da bin ich wirklich aus dem Spiel raus. Also ich fordere auch nicht, dass man Donald Trump umbringt, ich bin politisch absolut nicht mit ihm einverstanden, ich fordere auch nicht, dass man Javier Millet umbringt, ich fordere, dass die Leute aufwachen, dass sie sich von solchen Leuten abwenden und nicht mehr diesen Leuten folgen, aber ich bin niemand, der irgendwie in irgendeiner Weise einverstanden ist damit, dass man zur Gewalt aufhut. Aber ich bin entsetzt darüber, dass man die Leute, die das tun, dass man die in Frieden lässt und gegen andere Leute vorgeht. Und ganz interessant ist übrigens... Hat der richtig gut ausgedrückt, sehe ich ganz genauso. Nicht nur in Deutschland das passiert, dass jetzt parallel in Österreich gegen Auf1 auch ganz drastisch vorgegangen wird. Also die Parallelen zu Kompakt sind da ziemlich groß, also gegen die geht man genauso vor und in anderen Ländern, in Frankreich passieren auch im Moment irre Dinge. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Maskenpflicht bei der... Die checken, das ist doch auch wieder bewusst, Bruder, das ist doch ganz klar, dass Leute danach noch radikaler werden, Digga. So. Wenn du jetzt diese ganzen Plattformen, die ein bisschen nach rechts tendieren, jetzt alle bekämpfst und löschen willst und sperren willst und verbieten willst und so, dann werden Menschen noch radikaler und dann wird es noch mehr Rechtsradikale geben, Digga. Weißt du, wie ich meine? So eine dumme Scheiße, Digga. Ich weiß dir. Ich küsse deine Zähbeldrüse. Wir sollten da halt nicht mitmachen. Das ist das Allerwichtigste, so weißt du. Wir sollten da nicht mitmachen. So. Wir sollten es akzeptieren, dass es Menschen gibt, die eine andere politische Gesinnung oder Meinung haben, so. Und wie er das gesagt hat, wenn die nicht zu Gewalttaten aufrufen, dann ist das vollkommen okay, so. Bei der Tour de France hat mich doch absolut erschüttert, dass die Journalisten, die jetzt da mit den Fahrradfahrern zusammenkommen, dass die wieder Masken tragen müssen. Alter Vater, Digga. Die Welt ist ja echt crazy. Gestern ist das australische Schwimmteam für die Olympischen Spiele angerückt, alle mit Masken auf dem Gesicht. Jo, geht wieder los, sagst du? Also da wird auch wieder eine Agenda vorbereitet. Normal, Digga. Vogelgrippe wurde doch auch jetzt schon angeschmissen. Was einfach unglaublich ist. Also das zeigt mir alles nur, dass diejenigen, die die Zügel der Macht in der Hand haben, dass die im Moment wirklich völlig irre sind. Auf allen Ebenen weitermachen, so, ne? Die lassen nicht locker, die Cousins. Und offensichtlich große Angst haben. Ja, es ist schlimm. Und ich sag mal, die Themen werden uns hier zwar nicht ausgehen. Ich habe trotzdem die Hoffnung, dass wir möglichst viele Menschen... Sehr spannender Talk, ne? Ich wollte eigentlich nur so mal gucken, was geht, so mit Trump, dies, das, bla, aber ich habe komplett durchgezogen. ...dleichen, damit sie verstehen, was hier für ein Spielchen läuft, ja? Ernst, ich denke, das war ein wichtiger Abriss, hier schnell und aktuell auf dieses Thema zu reagieren. Wir werden auch weiter dranbleiben und wenn die Zuschauer weiter auf dem Laufenden halten, hast du noch eine aktuelle Information, die in irgendeiner Form in diesem Kontext wichtig ist oder ist von deiner Seite das Wichtigste gesagt? Ja, ich glaube, das Wichtigste habe ich jetzt gesagt, aber ich würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt gleich mal in mein Handy gucke, dass da schon wieder irgendwas Neues ist, was dem Ganzen nochmal wieder da die Krone aufsetzt. Ist so, ist so. Deswegen auch an alle Leute, die gerade hier zuschauen, jetzt gerade live hier mit zuschauen, alle 244 Leute auf YouTube und 133 Leute auf Twitch, Digga. Und auch die Leute, die gerade bei dem Video zuschauen, so legt das Ding auch einfach mal zur Seite, Digga. So, es wird, es wird, ey, wir sind so reizüberflutet mittlerweile, ne? Wir haben so viele Informationen die ganze Zeit in unseren Kopf reingedonnert über so viele verschiedene Themen, dass wir gar nicht mehr ruhig sein können. Und ich empfehle euch, legt das Ding mal zur Seite, macht mal die Augen zu, versucht mal im Moment zu sein, versucht mal im Hier und Jetzt zu sein, geht mal raus in die Natur, lauft mal ein bisschen barfuß rum, umarmt mal einen Baum oder so und macht irgendwas, was euch wieder zurückholt in eure Mitte und was euch Ruhe gibt, so, weißt du? Weil diese Nervosität, die in uns ausgelöst wird aktuell, die ist einfach auch, das ist auch einfach gewollt, so, weißt du? Und du kannst als Mensch, wenn du nervös bist, wenn du emotional bist, wenn du getriggert bist, keine richtigen Entscheidungen treffen, dein Leben nicht richtig fühlen und nicht richtig in deiner Mitte sein, so, weißt du? Und auf Gott hören, Digga. Und deswegen legt mal das Ding zur Seite, bleibt mal ein bisschen cool, bleibt mal ein bisschen ruhig, auch bei diesen ganzen Informationen und dem ganzen Shit, der in der Welt gerade abgeht, so. Im Moment ist das eine absolute Achterbahnfahrt, was passiert in der Welt. Wir bleiben dran, vergesst nicht, Ernst Wolfs YouTube-Kanal zu abonnieren, wir verlinken hier gerne unter dem Video, abonniert gerne auch unseren Kanal, schaut euch gerne mal dieses Video an, das ging nicht umsonst viral, fast 600.000 Aufrufe. Ernst, ich bin dir unheimlich dankbar für deine Arbeit, wirklich von ganzem Herzen und auch von unseren Zuschauern. Lasst gerne einen Daumen hoch da, teilt das Video und dann sehen wir uns bald schon wieder. Und los. Starkes Ding auf jeden Fall. Liebe geht raus an den Kentner, den Jutzen und auch an Ernst Wolf. War auf jeden Fall ein starkes Ding. Gut zusammengefasst. Haben wir auf jeden Fall einiges hier mitgenommen, Informationen auch gewonnen und so, aber vergesst nicht das, was ich euch eben gesagt habe. Es waren eigentlich die Schlussworte. So, ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Macht's gut. Peace out. Gang.